Frühmorgens um halb fünf. Die Tagesarbeit beginnt. Was wird hier hergestellt? Könnt ihr es erkennen? Der Arbeitstag in einer Glockengießerei beginnt. Auch für Meister Perner. Seit mehr als 300 Jahren ist diese Glockengießerwerkstatt im Besitz der Familie Perner. Am nächsten Sonntag ist Glockenweihe. Jauer Perner Untertitelung des ZDF, 2020 Glockenweihe, ein großes Fest für die Gemeinde. Liebe Kinder, schaut her, ein grüner Busch, Zeichen des Lebens. Das Leben Gottes möge in dieses Metall, in diesen Kuss hineinkommen die Glocken, damit sie das Leben verkünden. Das Wasser erinnert an die Taufe, wir werden jetzt die Glocken taufen, sie sollen uns getauften Christen helfen, richtig zu leben. Und das Salböl, mit dem wir dann die Glocken ein Kreuzzeichen hinsalben, erinnert uns, auch wir sind in der Taufe gesalbt worden und der Firmung bestärkt. Diese Glocken sollen uns helfen, als Getaufte und Gefirmte richtig zu leben. So, lasst uns nun diese Glocken segnen. Vor Monaten schon wurde in der Glockengießerei mit dem Bau der Glocke begonnen. Weitere Glocken Vielen Dank.